Der Blick hier ist schon geil durch das Tal. Ja, das ist schon ziemlich nice. Außer mit dem Wasser, der hier an der Seite lang noch runterläuft. Schön, ne? Ja, herrlich. Die Temperatur ist auch angenehm. Ja, jetzt wird es ja wieder wärmer. Ja, leider. Das war schön oben, das war schön. Hat der Franzose uns wieder überholt? Ah, ich seh nichts. Ja, frei, Fahrer, Fahrer. Was ist eine Jausenstation? Ich habe nicht den geringsten Zimmer. Okay, sehr gut. Ich weiß nur, dass er sich gerade voll die Kotflügel abgefahren hätte. Echt? Ja, ja, war noch so fünf Zentimeter Platz. Oh. Zu der Ballastfade. FL? Was ist FL? Fürstentum Lichtenstein. Ah, okay. Ja, die haben coole Kennzeichen. Die sind gar nicht so schlecht. Sehr freundlich. Sehr nett, ja. Ja, es gibt auch alle Menschen in den Alpen. Leute, die wissen nicht, wie man hier fährt. Und um weiter. Oh, du 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 du. Und rum. Und weiter. Aber die Melekeh da gerade, aber jetzt den Berg und der Ferne, oder was? Beide Mädchen hinten sind ja gerade total begeistert auf. Denn merke, wenn man sich den Helm vorne an den Lenker bindet, dann zerkratzt beim Unfall der Lenker nicht. Wenn man den Helm an den Lenker bindet? Ja, dann zerkratzt beim Unfall der Lenker nicht. Ah, ja, macht Sinn. Ja, ne? Ja, ab hier ist jetzt so, so geht's so weiter wie es jetzt hier ist, ne? Ja. Pro Straße und dann geht's später in den Wald runter. Also ab hier ist jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Ja. Das gängige Bier heißt hier übrigens Forst. Forst, okay. Ich mach gar nicht mal so schlecht. Ah, okay. Kann man sogar trinken. Ja, genau. Hallo. Ey. So. Bitte. Ich sagte, bäh. Aber wieso? Ja, wegen den komischen schwarzen Querdingern da auf der Straße. Ach so, die Dinger. Ja, ja. Hab ich mir fast gedacht. Oh, ich hab aber kein Kabel mehr am Helm, ne? Ich kann aber aufstehen. Feine Sache. Stört der Tankhofflack wieder. Ach so. Ja. Hier drücken wir ein bisschen auf die Pulle. Das ist ja doof. Ja. Weil da ist halt so ein Weg, ne? Ja, ja. Ja, also der Tankhofflack. Ja, ja, ja. Der Tankhofflack. Ah, sieht doch schön aus hier. Ja, ja. Guck mal lieber nach vorne. Das ist eine Kurve. Ja. Gesehen, du. Na, mich müsste ja der Hunger plagen hier mit dem Fahrrad hochfahren, ey. Oh, boah. Ey, gar keine Lust zu. Oh. Mit Oberbeleuchtung. Ah, jetzt steht ein Schild Achtung Kehre. Ja, super. Sehr hilfreich, vielen Dank. Oh, mit der 125er aus Reutlingen. Ja. Ach, ja. Schön finde ich, da unten geht es weiter, ne? Wo? Da. Ach so, ja, schön. Das ist, wenn man die Südseite vom Stadio runterfährt. Das sieht auch geil aus. Da siehst du die ganzen Kern, die du nachher noch runterfährst. Mhm. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ne, ich hab gelogen, da fahren wir gar nicht runter. Hm. Wir fahren geradeaus. Okay. Da geht es nach San Leonardo. Aber da wollen wir ja ein bisschen. Okay, wollen wir nicht. Nein. Ja, ich parke auch immer auf der Kreuzung. Echt? Vom Höhenunterschied muss ich immer aufstoßen. Okay. Könnte auch am Wasser liegen, das ich getrunken habe. Ich weiß es nicht. Ich kriege gerade einen ziemlich trockenen Mund. Aber ansonst... Ich könnte ja immer so ein bisschen... Warte, warte, so, so. Ich glaube, das funktioniert nicht. Meinst du? Nein, ich glaube das nicht. Dann trinke ich einfach selber was. Mit dem Wohnmobil über Simmeljog. Aus Süpern. Ja, alles klar. Kann man auch mal machen. Kann man machen. Ja. Ach, Schweden. Ja, doch weiß ich selbst Berge. Warum fahrt der denn hier hin? Naja, so viele Berge haben die in Schweden auch nicht. Na, stimmt. Norwegen eher, ne? Ja. Das muss ja auch echt anstrengend sein, von Schweden hier runter zu kommen. Oh ja, meine Güte. Na gut, kommt drauf an, wo sie wohnen, ne? Letztendlich, wenn sie da eh auf der Ecke wohnen, einmal mit der Fähre nach Traummülle rüber, ist ja quasi dann der gleiche Weg wie ich. Eben. Ja, kommt drauf an, wie gesagt, je nachdem wo man wohnt. Ohne klimatisierten Volvo ist das wahrscheinlich sogar angenehmer. Ja, das stimmt. Ich finde die Schilder in Italien immer geil. Tunnel, 40 Meter. Ah ja, okay. Als hätte ich das andere Ende fast nicht gesehen ohne das Schild. Ja. Es ist ja gut, dass du es reinschreibst. Richtig. Ach, das ist eine Triumph ist das doch. Jaja, na klar ist das eine Triumph, du. Ich konnte das so von hinten nicht einordnen. Das ist eine 1050, würde ich sagen. Weil die hat nämlich nur eine Einarmstringe. Ah ja, dann ist es das, ja. Ohne sich, es hat sich jemand die Mühe gemacht, die umzubauen, aber das... Ich glaube nicht. Es gibt wenige. Und nu, weiter runter, ne? So, dem Straßenfall auch folgen, ne? Ja. Richtung Jaufenpass, genau. Au, au, au. Du bist doch sogar schon ausgeschildert hier. Mensch, du. Carabinieri, 1, 1, 2. Ja, die Carabinieri sind die Leute, äh, die... Das sind die, das sind die etwas gebildeteren. Ja. Wenn du mit denen zu tun hast, ist das meistens immer noch relativ angenehm. Richtig Pech hast du, wenn du mit den Dorfscheriff zu tun hast. Hier, Polizia Lokale und so. Mhm. Das ist nur die absoluten Trottel, habe ich mir sagen lassen. Ach, der eine war ganz nett. Ja klar, gibt ja auch immer Aufnahmen, aber... Der mit Händen und Füßen versucht hat zu erklären, dass er dafür nicht zuständig ist. Achso. Das ist mir egal. Ich will hier die Vorderwesten sprechen. Und uns denn zur Carabinieri geschickt hat. Sie wussten nicht, wie sie schreiben sollen. Sie haben einfach beides gesagt. Moos, Moos und... Ah, beides. Lass einfach beides stehen Giovanni. Passt schon. Das kriegt doch keiner mit. Ah, ein bisschen unbequem. Ah. Nee, geht gerade. Nee, ich mein' ich vor mir. Achso. Geht gerade. Achso.